grüß dich zu diesem ganz besonderen video richtig heute geht es nämlich um eine fassade ich möchte mit euch gemeinsam diese fassade hier verkleiden also die ist jetzt schon verkleidet und wie ich das ganze gemacht habe das erfährst du in diesem video ein ganz besonderes video warum weshalb die holzwerge ladenbohrer um eine einwenigkeit haben uns nämlich die frage gestellt ist frenchklead eine zukunftsfähige lösung für die montage von elementierten holzfassaden im gewerblichen bereich so frenchklead kennt wahrscheinlich jeder von euch der eine holzbranche auf youtube tätig ist das ist nämlich so eine leiste die ist so ein bisschen größer jetzt hier und damit haben wir beispielsweise unsere werkzeuge an die wand gebracht oder auch mal größere dinge und wir möchten das thema so ein bisschen zweck entfremden besser gesagt waren wir dieses jahr auf einer messe und da hat die firma ladenbohrer das auch schon so ein bisschen präsentiert und wir wollen einfach mal gucken gemeinsam mit den firma ladenbohrer zusammen ob die dieses system diese elemente diese holzfassaden elemente die man für so eine fassadenverkleidung benötigt dass man die vorweg fertigt in der produktion als zulieferant und die dann einfach auf dem bau hin schickt beziehungsweise hin transportiert und die leute auf dem bau die elemente einfach nur nehmen und zack in die vorgefertigte unterkonstruktion mit den dementsprechenden keilleisten einfach nur ein hängt ob das vielleicht schneller geht ob das besser ist ob das die zukunft ist und genau darum geht es in diesem video und für diejenigen die wissen möchten wie man so eine fassade erstellt beziehungsweise anbringt worauf man achten muss beim aufmaß wie man die laibung anbringt wie man sich fensterbank anbringt das alles zeige ich dir auch in diesem video einfach mal so ein bisschen nebenbei das ist unser objekt der begierde wie schon erwähnt die tür und das fenster habe ich neu gemacht trotz alledem gibt es hier so ein paar hindernisse beziehungsweise ein paar ecken und kanteneimer haben wir hier ein fallrohr ja das muss ich wahrscheinlich dann abnehmen dann haben wir alte leitung auf dem mauerwerk wir haben da oben sparen vom dach und was mir ein bisschen bauchschmerzen beträgt ist dieser versatz hier von sechs bis acht zentimeter und wir haben von der laibung von der tür aus bis zum fenster rüber haben wir auch einen kleinen versatz von fünf zentimeter jetzt können wir auch los zu den holzdecken ladenburger denn ich habe alle maße jetzt exakt abgemessen ich habe das ganze sich als halber dreimal nachgemessen denn für eine elementierte fassade ist ein genaues maß sehr sehr wichtig denn das wird nämlich gleich auf maß in den computer eingegeben und das sind dann quasi unsere grundmaße unser für unseren bauplan und danach richten wir uns ja auch das heißt ich darf jetzt hier kein zahlendreher haben ich darf mich nicht vermessen haben denn dann könnte es durchaus sein dass die fassade nicht passt und das experiment in die hose geht deswegen prüfen und prüfen so und wir machen uns jetzt auf den weg zu den holzdecken ladenburger denn da darf ich drei tage einen ganz ganz großen werktisch arbeiten und nicht so förmlich auslassen und diese fassade einmal eins zu eins nachbauen beziehungsweise aufbauen bei dem firma ladenburger wird immer gewerkelt daher ist es etwas laut ich drehe mir den ton ein bisschen runter und hier könnt ihr auch schon meinen neuen arbeitsplatz sehen deren ich für zwei bis drei tage in anspruch genommen hatte ich hatte wirklich eine sehr sehr schöne große fläche mit ein loch raster system aber bevor wir loslegen müssen erstmal die maße der fassade ins system eingespielt werden um mit dem fassaden profil abgestimmt werden somit erhält man eine genaue aufteilung der elemente einzelne elemente werden bereits definiert und ihre position festgelegt vom system her passt alles soweit und jetzt nehmen wir quasi ein opfer material also wir nehmen usb bereiten das auf der kompletten fläche aus und bauen quasi meine fassade hier auf diesen werktisch einmal auf dazu benötigen wir natürlich das gegenstück von der french glied leiste wo wir später dann die fassaden elemente einhängen das heißt wir bringen das ganze einmal an und passend dazu fertigen wir uns zwei schablon denn die brauchen wir nachher um die french glied leisten wieder bei mir an unterkonstruktion anzubringen damit wir später dann die fertigen elemente einhängen können das ganze muss wirklich sehr sehr genau sein deswegen auch die schablon danach geht es an dem bau der fertigen elemente und für den bau der einzelnen elemente haben wir uns eine spannvorrichtung gebaut das hat zwei gründe damit die elemente auch wirklich immer rechtwinklig sind und dass wir von der breite her keine toleranz maße haben also negativ jetzt zwei millimeter abweichung haben wenn wir jetzt mal überlegen wir haben eine fassade von ungefähr zehn meter breite ein element hat eine breite von einem meter und wir haben jedes mal eine abweichung von zwei millimeter kann es dadurch sein dass wir am ende zwei zentimeter übermaß haben um das zu verhindern haben wir die einzelnen elemente in dieser spannvorrichtung eingespannt und haben quasi immer das exakt gleiche maß und kommen wir jetzt noch mal zum profil und zwar nennt sich das ganze hier trennfuge kontrast xs wir haben eine stärke von 22 mm und eine breite von 69 mm die holzart ist nordische fichte aus der naturnah kollektion heimische holzarten die oberflächen beschichtung nennt sich natureffekt aluminium sechsseitig behandelt direkt ab werk mit einer 20 grad abtropfkante die vorgefertigten einzelnen profile sind auch bei herkömmlichen holz fassaden eine erhebliche erleichterung da ab werk die profile montage fertig geliefert werden vom werk direkt an die gebäude fassade und das ganze machen wir jetzt und diesen plan hier habe ich mir natürlich mitgenommen genau damit ich so einen groben überblick jetzt habe wo die konterlattung ankommt denn ich habe nämlich hier an der fassade einen versatz von ungefähr sechs sieben zentimeter und ich möchte es einfach komplett flächen bündig haben und daran halten wir uns jetzt auch wir machen jetzt erst mal ein bisschen klar schiff das heißt das fallrohr wird entfernt die halter vom fallrohr werden auch abgeflext wir entfernen die kalbe kanäle von der fassade also alles was stören kann für die unterkonstruktion wird entfernt der sockel unten wird jetzt 30 zentimeter vorgestrichen weil am ende wenn die fassade dran ist streicht es sich ein bisschen schlechter das gleiche machen wir auch oben damit nicht die gelbe farbe irgendwie durchblitzen kann arbeite ich hier vorausschauend und versuche das ganze ja mit anthrazit zu bedenken das funktioniert auch ganz gut mit der betonfarbe die habe ich auch schon für den inneren beton sockel der werkstatt verwendet also sehr sehr empfehlenswert diese farbe wir entfernen noch mal alle kabelkanäle und dann können wir auch loslegen mit der unterkonstruktion vorweg markiere ich mir den startpunkt also die unterkante von der unterkonstruktion mit einem gelben marker und dazu verwende ich ganz schlicht eine wasserwaage und das ist quasi unser startpunkt für die unterkonstruktion der fassade dafür verwende ich kvh holz und solche schlagdübel 200 mm lang und damit befestige ich das ganze in abstand von ungefähr 80 bis 90 zentimeter und ihr müsst natürlich darauf achten dass das ganze auch alles im lot ist das heißt waagerecht und horizontal wenn es nicht der fall sein sollte dann bitte das ganze dann füttern ich verwende jetzt hier solche glasklötze die sind aus kunststoff und die sind wirklich perfekt für solche arbeiten die uk steht und jetzt habe ich die zwei schablonen die ich mir angefertigt habe bei den lahnburger mitgenommen ich habe zwei stück das heißt ich würde das ganze jetzt hier unter der unterkonstruktion also unterkante fertig fassade festschrauben bzw festklemmen und dort auch noch mal und so kann ich dann die french blitleisten also das gegenstück jetzt hier anbringen und dann haben wir unsere unterkonstruktion soweit vorbereitet diese arbeiten hier mit der schablone das sind wirklich die wichtigsten arbeiten es sollte wirklich millimetergenau montiert werden denn das ist nachher unser ausgangspunkt für unsere elemente und wenn wir jetzt mal eine keilleiste etwas schräg angeschraubt haben dann sitzt das element auch schräg das heißt alles sorgsam überprüfen und bitte zwei dreimal nachmessen bzw kontrollieren das ganze und dann können wir auch loslegen mit der montage der elemente jetzt geht es um auf die knie bevor wir mit der fassadenarbeit anfangen sprich das ganze einhängen und ausrichten müssen wir oder ich mache es jetzt ist es einfacher müssen wir noch mal einen insektenschutz anbringen und zwar ist das hier so ein kunststoff gitter ihr könnt das natürlich auch metall wählen das werde ich jetzt von hier unten vertackern so dass sie auch keine insekten eindringen können denn solche hohlräume nutzen ganz gerne bienen wespen hummeln je nachdem um ein nest zu bauen oder vielleicht auch nagetiere ich weiß es nicht deswegen schützen wir das ganze und jetzt macht sich die vorarbeit wirklich bezahlt in nullkommanix nach diesem plan richten wir uns das heißt wir fangen mit der ersten wand an damit der zweiten und so weiter und so fort nach diesem plan richten wir uns und hängen die ganzen elemente einzeln ein ihr seht die elemente sind so groß gewählt dass man die problemlos alleine tragen kann und auch einhängen kann und ich muss sagen für diese wand also diese vier stücke die ihr gleich sehen werdet dafür habe ich fünf minuten gebraucht das heißt wir hängen das ganze ein kontrollieren ist mit der wasserwaage und fixieren das ganze mit schrauben pro element kannst du ungefähr vier schrauben rechnen die fixieren das ganze und ruck zuck hast du diese kleine fläche eingehangen wirklich innerhalb von fünf minuten manchmal kommt es auch dazu dass wir eine stichsäge benötigen zb für die kleine ecke die habe ich natürlich jetzt nicht vorgesehen man hätte jetzt auch eine schattenfuge machen können aber ich wollte die schattenfuge vermeiden weil da können nachher am ende wieder insekten reinkrabbeln und deswegen habe ich das ganze mit der stichsäge ausgearbeitet auch hier am fenster hat das ganze wirklich reibungslos funktioniert eingehangen ausgerichtet mit zwei beziehungsweise vier schrauben fixiert und fertig und wenn ihr nicht gerade schwarze schrauben verwendet also schwarze schrauben oder beziehungsweise schrauben mit dem schwarzen kopf jetzt habe ich es dann müssen wir das ganze nochmal nachmalen mit dem pinsel aber auch diese arbeiten sind wirklich ganz ganz schnell getan wir haben ja nur vier schrauben ungefähr pro element und im anschluss kommt dann unser abtropf blech dieses blech dient einfach dazu um den höhenunterschied zwischen haustür und fenster zu kaschieren und du kannst natürlich auch solche bleche einarbeiten wenn du jetzt die elemente teilen möchtest und beispielsweise zwei drei etagen hast dazu dient wirklich so ein blech und ist eigentlich ideal als so ein trennungsblech das schwierige jetzt an dieser sache war eigentlich letztendlich die passenden elemente zu finden die waren ja alle nummeriert und bei ungefähr ich weiß es jetzt nicht bei 15 elementen war es ein bisschen schwer das richtige element rauszusuchen und wir kommen jetzt zur zweiten etage quasi und da müssen wir die dachsparen aussägen das ganze habe ich mit einer stichsäge gemacht ging eigentlich auch ganz fix und für die oberste etage habe ich ungefähr eine halbe stunde gebraucht also quasi 25 minuten länger durch das aussägen der sparren das hätte man vielleicht umgehen können indem man einfach die fassade um zehn zentimeter nach unten weiter setzt und die sparren einfach auslässt ich habe das ganze eh in anthrazit gestrichen ja wie gesagt das ausmessen oder das aufmaß war wirklich das a und o hier und dann habe ich noch mal eine stunde gebraucht um das ganze fallrohr auszuarbeiten sprich das letzte feld 15 das ging aber eigentlich auch recht fix und dann war der oberste teil auch abgeschlossen und am ende musste nur noch das fallrohr angepasst werden das ganze habe ich jetzt schnell grundiert und anthrazit lackiert darüber gibt es auch ein video wie du da vorgehen sollst das werde ich dir unten in der video beschreibung verlinken jetzt fehlt nur noch die fensterbank die hat natürlich durch den aufbau der fassade ein bisschen an tiefe gewonnen die fix angeschraubt die passende laibung habe ich mir auch bestellt bei plattenzuschnell 24 denn das ist ein material hpl kennt bestimmte ein oder andere dazu habe ich mir noch passende schrauben bestellt mit einem schrauben kopf der auch in anthrazit ist das ganze habe ich dann an der uk festgeschraubt die eine seite und die andere seite mit montage kleber punktuell festgeklebt und fertig war auch die laibung die laibung beziehungsweise das material hpl kannst du dir auch selber zuschneiden es geht mit einem feinen trapezahn an der tischkreissäge oder auch an der kappsäge wenn du das nicht machen möchtest wie gesagt kannst du dir auch passend bei plattenzuschnitt 24 bestellen ich musste allerdings ein zwei schnitte selber tätigen und musste auch mir den vorbau rollern kasten nochmal hier anzeichnen anhand einer schablone und das ganze mit der stichsäge aussägen warum weshalb ja der rollern kasten war vor der laibung da besser gesagt vor der verkleidung und deswegen musste ich das dementsprechend so ein bisschen aussägen hat aber alles ganz gut funktioniert hpl lässt sich wirklich sehr gut bearbeiten dauert nur ein bisschen länger weil das ganze vergleichbar wie hartholz ein passender rabattcode von der firma plattenzuschnitt 24 findest du noch mal unten in der video beschreibung pünktlich zur fertigstellung läuten die glocken hört ihr vielleicht im hintergrund ja ich bin auf das fazit von euch gespannt vielleicht habt ihr die anregung oder ein tipp für uns wie wir die fassade schneller einfacher und noch besser gestalten hätten können lasst bitte ein kommentar da ansonsten finde ich das projekt wirklich sehr sehr gelungen und für mich ist es völlig wie ein augenschmaus ich blende dir jetzt mal ein feuerbild ein und jetzt im nachhinein die fassade echt ich finde es ist wirklich gelungen jetzt kommen wir noch mal zum fazit ja das fazit ja wenn man jetzt überlegt die zeit die wir investiert haben im aufmaß im system einspielen in die vorbereitungszeit dann steht das nicht wirklich zum verhältnis also ja wir hatten am ende eine zeitsparnis das ganze ging wirklich sehr fix ich hatte das ja gerade erwähnt gab die kleine ecke da in fünf minuten war fertig aber wenn wir jetzt das ganze rein rechnen die die vorbereitungszeit und am ende die zeitnersparnis wird förmlich aufgebraucht durch die vorbereitungszeit und ich denke mal oder wir sind uns da sehr einig die firma ladenburger und ich wenn wir jetzt beispielsweise eine größere fassade haben dann macht sich das am ende auch wieder bemerkbar dass man nicht so lange braucht für diese montage das heißt man hätte am ende eine eine größere zeit ersparnis und das wird dann nicht wieder von der vorbereitungszeit aufgeschluckt das heißt am ende hat man mehr zeit sprich kosten gespart und ich würde sagen wir bleiben einfach am ball und vielleicht gibt es in der nächsten zeit das eine oder andere video noch mal zu diesem thema vielleicht können wir mal mehr in dieses detail gehen und vielleicht mal ein größeres objekt begleiten und das ganze ja unter die lupe nehmen ich bleibe am ball und würde sagen fortsetzung folgt so bis zum nächsten video und da geht es nämlich um diese balken hier wir haben nämlich was ganz großes vor so da geht es nämlich zum nächsten video ciao